Hallo zusammen! Ja, irgendwie war lange nichts mehr los, kein Wunder. Lockdown und es passiert ja nicht wirklich viel. Ja, aber heute haben wir die Zeit mal wieder genutzt. Die Gartencenter, wir sind wieder offen. Und da wir nächstes Jahr hier allerhand Umbaumaßnahmen haben, es gibt eine neue Küche, ein neues Bad und eine neue Terrasse, haben wir einfach gedacht, gehen wir schon mal so ein bisschen los, uns Inspirationen holen und gucken mal, ob wir auch noch jetzt schon wieder was für unseren Garten finden. Ja, und wir haben hier das Glück, dass wir ein sehr cooles Gartencenter eigentlich in der Nähe haben. Und da nehme ich euch jetzt einfach mal mit hin, da gibt es so allerhand zu sehen. Musik Bis zum nächsten Mal. 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 So, eingekauft haben wir auch ein bisschen was. Jetzt haben wir hier frischen Oregano, Mangold haben wir uns wieder genommen und ein Aprikosenbaum. Und eine Banane nicht vergessen. Ah ja, das wird wohl bis drei Meter oder so hoch und mit essbaren Früchten quasi. Okay, da sind wir mal gespannt, da sind wir mal gespannt, wann da Bananen rauskommen.